Klappe die Hundertste. Das ruft das Licht jetzt nicht an. Doch, es läuft. Herzlich willkommen zu unserem Q-Minute Tuesday heute. Wir erklären euch heute den HIIT-Bereich, das High-Intensity-Training und das Low-Intensity-Training. Wir erklären euch dabei, wie lang dieses Training ist, wie intensiv und was ihr dabei beachten müsst. Viel Spaß am Zuschauen. Nick, willst du das heutige Thema wieder machen? Ja, ich gucke mir das jetzt an und dann könnte ich das auf jeden Fall auch wieder. Dann filmen wir das nochmal, aber du dann stehst da vorne. Vielleicht. Okay, alles klar. Herzlich willkommen zu unserem Q-Minute Tuesday heute. Letzte Woche haben wir euch erklärt, was die VOC Max ist. Heute erklären wir euch, was die wesentlichen beiden Trainingsbereiche sind, mit denen man die VOC Max optimalerweise erklären kann. Der erste Trainingsbereich ist das High-Intensity-Training. Manche sagen auch noch, das High-Intensity-Intervall-Training, also wir klammern das I mal hier ein, weil das meistens in Intervall-Form trainiert wird. Das ist sehr intensiv. Hier belasten wir uns zwischen 90 und 100 Prozent der VOC Max. Das haben wir euch letzte Woche erklärt, was das ist. Ich quietsche heute ein bisschen die Tafel. Die ist schon wieder auch ein bisschen müde. Mütziglich. Ja. Wie lange dauert das? Wir haben Belastungszeiten klassischerweise zwischen 20 Sekunden und 60 Sekunden. Das nennt man dann Intermittent Exercise. Also kurze Belastung mit relativ kurzen Pausen, also 10 bis 30 Sekunden. Dann haben wir noch etwas längere VOC Max-Intervalle. Da sagen wir, dass die zwischen 3 und 8 Minuten stattfinden. Und Pausenlänge ist ungefähr die Hälfte der Belastungszeit. Also das hier ist super effektiv, um die VOC Max zu trainieren. Gerade auch im Hinblick auf das Herz-Minuten-Volumen. Das ist fast schon so ein mechanischer Reiz irgendwie. Das Herz muss sich sehr hoch belasten, weil auch die Herzfrequenz natürlich hoch ist. Habe ich ja letzte Woche gesagt. Ungefähr 180 plus. Total individuell. Solltet ihr durch eine Leistungsdiagnostik mal feststellen lassen, wie hoch ihr euch dann trainieren lassen. Oder wie intensiv ihr trainieren müsst. Auf der anderen Seite haben wir das Low-Intensity-Training. Wir nennen das heute häufiger auch Fat-Max-Training. Also am Punkt eurer maximalen Fett-Oxidation. Und das ist ein super wichtiger Punkt. Wir haben euch ja den Fettstoffwechsel erklärt, wie der funktioniert im ersten Video. Den müsste man eigentlich unbedingt durch Leistungsdiagnostiken feststellen lassen. Weil da gibt es kaum Angaben. Man kann sagen, zwischen 55 und 65 Prozent der VOC Max. Aber das ist eben auch nur Mittelwert. Und eine VOC Max müsst ihr messen lassen. Wie lange belastet man sich dabei? Mal, also zwischen 60 Minuten, auf dem Rad, bis 300 Minuten, also ungefähr 5 Stunden. Also wenn ihr eine lange Grundlageneinheit fahrt. Das heißt, wir haben ein bipolares Trainingssystem. Sehr intensiv und sehr locker. Trainiert nicht immer dazwischen. Ihr kennt das. Ihr fahrt mit einem Kumpel, mit einer Freundin. Bin ich, kurzer Einwurf, Spezialist drin. Ja, ne? Und immer einer fährt so eine halbe Radlänge vor. Oder so eine Reifenbreite vor. Am Ende war es natürlich keiner. Aber am Ende habt ihr euch dann weder hier belastet, noch dort belastet. Vor allen Dingen nicht hier. Weil das müsst ihr einhalten. Weil häufig ist es doch auch so, wenn ihr ganz ehrlich seid. Ihr trainiert ein bisschen zu intensiv. Ihr verbrennt nicht maximal Fette. Und wenn ihr aber wirklich intensiv trainieren sollt, dann seid ihr meistens zu müde dafür. Deswegen trainiere ich immer in der Mitte, dann kann ich nichts falsch machen. Ja, das sind so wie die auf der Autobahn, die auf der mittleren Spur fahren. Die denken auch, dass sie nichts falsch machen. Ne, da mache ich immer Hit. Ja, okay. In der nächsten Folge erklären wir euch, wie viel Prozent ihr von dem einen trainieren müsst und von dem anderen. Denn das ist fast noch viel wichtiger, als zu wissen, dass es überhaupt beides gibt. Also die Wechselwirkung innerhalb dieser Trainingsbereiche. Bis nächste Woche. So, aber jetzt, diesmal gibt es keine Zusammenfassung, sondern wer was nicht verstanden hat, kann einfach zurückspulen, habe ich mir überlegt. Ja, okay. Oder? Ist gut, ne? Bis nächste Woche. Ciao. Kanal abonnieren. Hier klicken. Klick. Klick, klick, klick. Klick. Passiert was ganz Tolles. Klick, klick. Da. Da.